Wilfried, es ist doch ein bisschen Zeit vergangen, dass wir uns wiedersehen, aber ja der Winter, wenn man es so nennen darf oder soll, hat ja noch mal zugeschlagen. Und wir stehen jetzt hier vor deinem Garten, wir wollen doch mal schauen, was hat diese Frosttage gebracht, welchen Schaden hat es im Garten jetzt angerichtet und dafür gehen wir ganz einfach mal jetzt in deinen Garten rein. Wie heißt es beim Osterspaziergang, der Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück, aber er kam noch mal wieder kurzzeitig und hat uns ganz schön geärgert. Schauen wir mal, vielleicht kann ich unseren Zuschauern etwas zeigen, aber wo ein Schadensbild entstanden ist, Mutter Natur holt vieles wieder auf, verzeiht vieles, regelt vieles, nicht alles, aber zum Beispiel diese Rose hier, die hat auch einen kleinen Schaden gekriegt, hier oben an der Blüte sieht man das, am Blütenstand, die kommt dann die nächste wieder raus. Die erholt sich wieder? Die erholen sich alle wieder, auch diese Rose, da ist es Schadensbild oben in der Spitze, etwas größer sogar noch, aber die Pflanze, Mutter Natur ist so für sich gestellt, dass die vieles wieder ausbalanciert und neu treiben lässt. Wir sehen es auch da hinten in den Erdbeeren, große Erdbeerblüten. Die Außenblütenblätter sind weiß und innen der Stempel ist gelb. Durch den Frost ist der Stempel drinnen braun geworden. Das wird nicht, aber die Erdbeerpflanze treibt immer wieder neu aus. Ich habe keine Angst, dass wir keine Erdbeeren ernten. Zweimal drei bis vier Stunden bei minus drei, minus vier Grad. Es ist einiges weg, ich jammere nicht, manches ist für mich ärgerlich, aber ich bin Optimist und das kann immer wieder passieren. Hier im Hochbeet, du siehst noch, habe ich noch die Folien liegen, weil dort habe ich ausgesät und das ist ohne Schaden, ist das weitergegangen und die Pflanzen, die du hier siehst, die möhren das noch vom vergangenen Jahr. Und Kohlrabi habe ich vor dem Frost ausgesät, ne ausgepflanzt, die waren so klein, das hat sich alles prächtig entwickelt. Okay, aber wir müssen schon jetzt auch zugestehen, es hat auch Schäden gegeben. Es hat Schäden gegeben, ja. Wo hast du denn jetzt? Die Schaden haben wir hinten an der großen alten Pflaume, an der Anna Späth, an der Süßkirche, an der Burlatt. Für sich haben wir weniger Schäden, was auch schadhaft ist, nicht bei mir im Garten, aber bei anderen Gartenfreunden ist es so, die Aprikosen, die sind zu 90 Prozent weg. Du zeigst uns jetzt mal, wo und wir gehen mal, du gehst mal vor? Ich geh mal vor. Du gehst mal vor? Ich folge dir. Ja Wilfried, wie gesagt auch bei dir im Garten ist hier ein bisschen Schaden entstanden. Ja, wo sehe ich jetzt so, wo kann man es den Zuschauern jetzt zeigen? Sieht so ein bisschen spärlich aus. Naja, das ist ein Pfirsich und ein Pfirsich, sag ich immer, ist mitunter ein alter Gräbelbogen. Aber hier hat es ein Schadensbild gegeben, das ist sehr gering. Wenn ich mir jetzt mal das angucke hier, siehst du? Ja. Jetzt nehme ich einfach mal so, das ist ein Jungpfirsich. Da wird man richtig so groß. Ja. So und wenn ich so die Fingerprobe mache, der steht. Ja. Der fällt nicht ab. Hier, der auch. Ja. Ja. Also da haben wir wenig Schäden. Okay. Und das bei vier Pfirsichbäumen kann ich mehr als zufrieden sein. Die haben es richtig gut überstanden. Währenddem hinter uns die Süßkirche, die ist weg. Ja und wie sieht es mit meinen Lieblingen hier aus? Können wir uns gerne ansehen. Die hat, die hat, wie ich gesehen habe, gelitten, ne? Die hat richtig gelitten. Die letzte Pflaume des Jahres. Deshalb heißt sie Anna spät. Wenn wir uns das hier ansehen, hier unten drunter, du siehst das hier. Das sind die kleinen Pippusse, wie ich immer sage, was die frisch ausgebildeten Fruchtkörper sind nach der Blüte. Die Blüte ist relativ unempfindlich, aber diese Kleinen, die haben keine Abwehrschirms. Das ist die Krux bei der Geschichte. Das zieht sich im ganzen Baum durch. Vielleicht haben wir hier drinnen irgendwo, was wir jetzt noch nicht sehen, Glück, dass vielleicht mal so 10, 20 Pfläumchen wachsen und sich herausbilden. Schauen wir mal. Wenn nicht... Ist es schade, dann ist es aber halt mal so. Aber es ist halt schade. Wenn nicht, essen wir Pfirsiche. Ja, da haben wir ja Glück gehabt. Der Pfirsichbaum, der hat es ja ganz gut. Das ist immer meine Philosophie als Kleingärtner, auch wie mit den Erdbeerpflanzen. Es gibt ja Gartenfreunde, die sagen, meine ganzen Erdbeeren sind weg. Ich habe alles Zeitliche. Mach ich nicht. Ich habe keine sortenreinen Erdbeeren. Das ist immer Mischmasch. Zeitliche, mittlere, späte. So, und irgendwas ist immer da und ernte ich. Ja, das klingt ja eigentlich ganz gut. Das ist meine Philosophie. Ja, die hat doch eine andere Ansicht. Also ich finde es auch traurig, weil ich ja weiß, wie die Früchte schmecken. Jetzt haben wir die Schäden uns angeschaut, die wirklich, wie wir schon gesagt haben, sich hier noch in Grenzen halten bei dir hier im Garten. Und du stellst mir die Frage, jetzt ist es schön, noch wissen wir nicht, was der Eisheiligen sagen, kommen sie oder waren das jetzt schon mal ein Vorbote oder wie auch immer. Aber man kann jetzt trotzdem was in die Erde bringen schon. Jede Menge. Jede Menge. Du hast es vorne am Hochbeet gesehen. Da habe ich schon vor drei Wochen ausgepflanzt. Sicherlich ein bisschen unter Folie. Hab das jetzt weggenommen, weil es warm gewesen ist und warm wird. Und noch wärmer wird, da kommt die Folie auch nicht wieder drauf, auch wenn die Eisheiligen kommen sollten. Da passiert jetzt nicht groß mehr was. Also ich bin da kein Pessimist. Und was bringen wir jetzt in die Erde aller Beute? Wir bringen jetzt was in die Erde. Ich habe ein paar Dahlien gekauft in Bad Köstritz bei meinem Bekannten Dirk Panzer. Ist ja einer der sieben anerkannten großartigen Dahlienzüchter in ganz Europa. Okay. Stellt überall aus. In Wien, auf der Mainau, in München, sonst wo. Und die möchtest du jetzt hier? Darf ich dir helfen? Ich bitte darum. Wir werden das mal gemeinsam demonstrieren, so wie man Dahlien sachlich einpflanzt, nach Empfehlung der Dahlienzüchter aus Bad Köstritz. Na, das machen wir doch beide jetzt. Gucken wir mal. So, jetzt knieben wir alle beide vor der Sache. Genau. Und wollen jetzt, ja, du hast es ja angekündigt, die Dahlien einsetzen. Möchte dir natürlich helfen. Ich habe hier gerade gelesen, Würther Seerose. Ja. Toll. Aber wir müssen hier was beachten. Das ist für mich eine wunderschöne Urlaubserinnerung an meinen ersten Urlaub im kapitalistischen Ausland 1992. Okay. So. Wilfried, aber ich muss jetzt auch auf etwas ganz Bestimmtes aufpassen. Ja, und zwar hier oben, dass wir die Dahlienknolle richtig einsetzen. Und hier oben haben wir, hier ist es, hier oben. Ja. Hier oben ist dann die Entwicklungsstufe, wo es rauskommt. Also so muss sie rein. Ja. Noch besser sehen wir es hier. So, die hat sich schon weiterentwickelt. Ah, ja. Das ist natürlich jetzt, ja. Okay. Wie tief müssen die rein? Und zwar, die Knolle muss verschwinden und wir brauchen unten noch etwas Platz. Großzügig das Loch ausbuddeln, gar nicht so. Okay. So. Na dann gib mir mal, willst du hierher haben? Bin ich hier richtig an der Stelle oder möchte? Ja. Hier oben. Okay. So, ich bin nur nicht der gelernte Gärtner. Ach, gar nicht so zaghaft. Ich bin auch kein gelernte Gärtner. Aber das ist ja schön locker, deine Erde hier. Die hat auch Pflege gekriegt wieder. Na, ich weiß doch, wie das bei dir ist. Gottes Willen. So. Ist das schon genug? Na klar, freilich. Reicht so, ja? Probieren wir mal, wie die reingehen. Ja, passt. Guck, passt. Das ist zu tief. Das ist zu tief. Okay, macht nichts. Ich kann zu Stücke ja machen. Ein kleines bisschen Erde. Na ja, klar. Reicht, reicht. So, es kommt ja noch was rein. Und zwar kommt von Beginn an, wenn die Dahlienknollen eingesetzt werden. Das ist auch eine Empfehlung vom Dirk Panzer. Hornmehl oder Hornspäne. Eine richtige Handvoll diesen Dünger unten rein. Und hier genauso. Ich sehe jetzt aber gerade hier auch noch Gemüse. Das ist also nicht nur verblumpt, das ist für alles Hornmehl. Ja. Okay. Das nehme ich auch zu den Tomaten, zu den Gurken. Das kommt ja überall mit rein. So, du hast gesagt, hier ist es, ne? Jawohl. Ja, die setze ich auch so rein. Ja. Das richtet sich, die richten sich dann auf, die gehen nach oben. Ja. Und dann schieben wir das langsam zu, von der Seite her. Ja. Dass die Knolle bedeckt ist. Und wenn da oben schon mal ein Pippus rausguckt, ist es wie bei mir hier, ist das nicht so. Mach es noch ein bisschen klein hier. Ja. So. Das reicht. Reicht so? Mehr nicht. Wunderbar. Hab ich dir ja bald zu viel gemacht. Jetzt haben wir es schon hier drin. Aber Wilfried, ich habe mir gemerkt, dass ich hier meine Talie gesetzt habe. Die Wörtersegrose. Genau. So. Okay. Jetzt müssen wir noch angießen. Du darfst dann auch im August, wenn sie blüht, darfst du dir auch abschneiden. Das ist aber lieb von dir. Super. So, dann nehmen wir mal unser Kissen gleich noch mit. Das Handwerkszeug nehmen wir weg. Okay. So. Und nun noch ein bisschen wässern. So. Und dadurch, dass wir hier überall so eine leichte Kuhle haben, bleibt das Wasser ein bisschen stehen und es zickert langsam ein. Ja. Reicht. Schön. Wörterse. Wörtersegrose. Ich habe Schilder. Ich kann ein Schild hinsetzen. Nein, ich merke mir das. Gesetzt von Mautmittag. Witzvoll. Okay. Nee. Schön. Super. Dann hätten wir das schon mal gemacht. Wilfried, wir sehen uns ja dann 14 Tage, drei Wochen wieder. Und dann geht's, darf ich mir da auch die Hände wieder mit schmutzig machen? Ist ja gerne. Ja, dann haben wir Gurken. Gurken, es geht auch dann raus. Denn die Eisheiligen werden ja dann vorbei, wenn wir kommen. Ja. Und dann können wir uns betätigen und Gurken. Tomaten, Gurken, Paprika, alles das, was so. Und natürlich werden wir sicherlich, ich bekomme noch von Christensen, 160 solche kleinen Jungpflanzen, Kräuter, Gemüse und Blumen. Dann freue ich mich schon drauf. Es hat heute Spaß gemacht. Gut. Wir haben was Neues gepflanzt. Ja. So genießen jetzt die Sonnenstrahlen. Auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann in drei Wochen, wenn wir dann die Ärmel wieder hochkrampeln und das Gartenjahr so richtig beginnt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020